Was ist die Ausstellung der SolidWorks World? Wir sind auf der Ausstellung auf der SolidWorks World, auf den Partnerständen. Dieses Mal zählen wir 8.000 interessierte Besucher. Davon sind 2.400 online. Die müssen wir mittlerweile mitzählen, denn die Community wird auch da immer interessierter, das ganze Thema SolidWorks World online zu verfolgen. Als Neuheit stellen wir hier das SolidWorks Visualize vor. Es ist ein High-End-Trending-Werkzeug, das aus den SolidWorks Daten fotorealistisch darstellt. Man bekommt quasi realitätsgetreue Modelle aus dem 3D-System heraus und kann eigentlich die reale Welt abbilden, ohne irgendwelche qualitativen Nachteile.